Einleitung Einleitung Stelle Sie sich vor, es gäbe 100 Innovationen mit dem Potenzial, innerhalb eines Jahrzehnts 100 Millionen Jobs zu schaffen. Ich möchte Sie mit diesen Innovationen inspirieren. Ich heiße Günter Pauli, Unternehmer und Autor des Buches The Blue Economy. Seit 1994 leite ich die Serie Foundation, die Innovationen und Geschäftsmodelle begleitet, welche Arbeitsplätze schaffen. Als Vorstand einer Waschmittelfirma in den 90er bewarb ich biologische abbaubare Seifen, hergestellt in einer Ökofabrik aus Holz mit dem größten Grasdach der Welt. Doch unser Erfolg hatte auch eine dunkle Seite. Die Nachfrage nach Palmöl stieg so sehr, dass Millionen Hektar Regenwald abgeholzt würden. Wie kann man Europas Gewässer reinigen, ohne den Lebensraum des Orangutans zu zerstören? Wir müssen weiter denken, als nur die Umwelt zu schützen und Arbeitsplätze zu erhalten. Wir brauchen Unternehmen, die Gutes tun, Grundbedürfnisse erfüllen, und zwar mit den Ressourcen, die tatsächlich zur Verfügung stehen. Scheint logisch? Viel Energie ist investiert worden, um eine grüne Wirtschaft zu bauen. Doch mit welchem Argument überzeugt man Investoren, noch mehr Kapital einzubringen und Kunden noch höhere Preise zu zahlen, um den Planeten zu retten? Das funktioniert vielleicht in Zeiten des Überflüsses, aber wir leben in Zeiten der Krise. Seit Herbst 2008 steigen die Arbeitslosenzahlen kontinuierlich an. Wir brauchen keine staatlichen Rettungsaktionen, wir brauchen Unternehmer, die Zukunft gestalten. Mehr wurde klar, dass die Innovationen, die Ceri seit Jahren beobachtet, ein Portfolio aus Geschäftsmodellen darstellen, das für die Welt von Interesse ist. Machen Sie mit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017